Ja, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Vorstellungsworte, vielen Dank für die Einladung, auch es immer ein Vergnügen hier in Wien sprechen zu dürfen und als jemand aus den südlichen Niederlanden gewissermaßen ist man ja auch Teil dieser, sagen wir mal, habsburgischen Weltordnung, wenn man will und findet hier in Wien zur eigentlichen Reichshauptstadt, wenn man so will, auch der südlichen Niederlande zurück. Und das berührt eigentlich auch schon direkt das Thema des heutigen Vortrags, der vielleicht auch ein bisschen ketzerisch ist, auch ganz bewusst so ein bisschen auch polemisch aufgestellt ist, aber die, denke ich mal, die, die man denken und vor allen Dingen diesen Begriff des Hesperialismus kennen, den ich versucht habe zu schaffen, werden sicherlich auch schon denken, worauf das Ganze auch hinausläuft. Freiheit und Nation, das ist gerade heute ein geradezu überlebenswichtiges Thema, wo beide Werte in der Tat zum Auslaufmodell geworden zu sein scheinen. Nur allzu verständlich, dass viele Konservative zwischen beiden Entwicklungen eine Korrelation sehen und daher auch dem Glauben verfallen, nur durch den Nationalstaat ließe sich die Freiheit sichern. Dies ist allerdings, wie ein Blick in die Geschichte zeigt, ein Irrglaube, wenn auch ein verständlicher und sympathischer, da er zwei parallele Niedergangsphänomene als Ursache-Folge-Beziehung missversteht. Denn, so in Kürze, die Essenz meiner Position, das langsame Absterben des Nationalstaats zugunsten des Zivilisationsimperiums ist ebenso ein typisches Symptom für eine kulturelle Endzeit wie der Rückgang bürgerlicher Freiheit zugunsten autoritärer Strukturen. Als Konservativer im 21. Jahrhundert den Europa- oder Abendglanzbegriff vor den Nationalstaat zu stellen und das angesichts seiner mittlerweile fast völligen und durchaus berechtigten Diskreditierung durch die Europäische Union, mag kurios wirken und ist vielleicht sogar ein Kampf auf verlorenen Posten. Nur so gut verstehe ich, als ein Publizist, der vor fünf Jahren nach Polen emigriert ist und seitdem andauernd die legitimen Interessen Warschaus gegen den Druck nicht nur aus Berlin und Paris, sondern auch aus Brüssel verteidigt, dass man mit gutem Recht selbst den schlechtesten Nationalstaat, so er denn wenigstens die Interessen seines Volkes vertritt, der real existierenden Europäischen Union vorziehen muss. Doch diese Präferenz kann kein Endziel sein, denn ich bin der Überzeugung, dass auch und gerade für die Konservativen zumindest langfristig kein Weg an einem positiven und konstruktiven Europaentwurf vorbeiführen kann und viele der nicht nur verständlichen, sondern auch sympathischen ideologischen Postulate der Souveränisten letztlich auf Treibsand errichtet sind. Da wäre zum einen der Gedanke, dass die EU bereits schon als bloße Institution ein intrinsischer Gegner konservativen und traditionellen Denkens sein müsse, während allein die Rückkehr zur Nationalstaat auch eine Rückkehr zur Tradition ermöglichen könne. Ein ganz offensichtlicher Fehlschluss. Da man die Argumentation mit eben demselben Recht umdrehen könnte. Nicht die EU ist es, welche die überwiegende Mehrheit der französischen oder deutschen Bevölkerung immer wieder dazu getrieben hat, für Politiker wie Macron oder Merkel oder Scholz zu stimmen. Und es besteht leider keinerlei Hinweis darauf, dass sie mit einem solchen Verhalten aufhören würden, würde nur die EU auf einmal durch Zauberkraft verschwinden. Im Gegenteil würde auch ohne die EU alles weitergehen wie bisher. Und es reicht ein Blick auf Staaten wie die Schweiz, Norwegen oder selbst Island und das post-Brexit-Vereinigte Königreich, um zu sehen, dass auch nationalstaatliche Autonomie nicht vor Council Culture, Gender Mainstreaming, Critical Race Theory und sonstigem Burkismus schützt. Daher ist es auch nicht so, dass die Rückkehr zum Nationalstaat die Vorbedingung für die Wiedererstehung des Konservatismus sei, sondern streng genommen das Gegenteil der Fall sein muss. Nur in einer Gesellschaft, die mehrheitlich wieder für den Gedanken zu erwärmen ist, dass konservative oder traditionelle Werte wieder zu politischen Leitideen werden sollten, kann überhaupt erwartet werden, dass auch die Mitgliedschaft in der real existierenden EU mit ihrer links-grünen Ideologie infrage gestellt werden kann. Und da der Brexit gezeigt hat, dass ein Verlassen der EU nicht nur überaus schwierig, sondern ideologisch auch wenig hilfreich ist, ein Problem, das gerade im Fall der ungleich vernetzten kontinentaleuropäischen Staaten noch erheblich verschärft würde, zeigt sich, dass erst dann, wenn auch eine signifikante Zahl von Mitgliedstaaten bereit wäre, die EU aufzulösen, ein Austritt auch überhaupt sinnvoll wäre. Denn es ist unmöglich, dass selbst ein einzelner Großstaat, wie Frankreich, Deutschland oder Italien, unmöglich auf eigene Faust die EU verlassen können, ohne mit weitaus größeren Problemen rechnen zu müssen, als dies im Falle des Brexit bereits zu beobachten war. Während ein Ausstieg für kleinere Staaten, wie zum Beispiel Ungarn, zwar starke Repression, aber nur wenig konkrete Veränderungen bringen würde, da die wirtschaftliche wie normative Abhängigkeit von den EU-Regeln einen solchen Ausstieg faktisch sinnlos machen würde. Es sei denn, der entsprechende Staat suche sich in Russland, China oder Saudi-Arabien einen neuen Protektor. Aber ist es sinnvoll, Brüssel zu verstoßen, wenn dies bedeutet, dass der neue Hegemon Peking heißt? Und wenn eine Rückkehr zum Nationalstaat nur dann überhaupt faktisch möglich ist, wenn zuerst eine qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten sich für eine solche Entwicklung aussprechen würde, wäre dieser Ausstieg denn dann überhaupt noch sinnvoll? Denn dies würde ja faktisch bedeuten, dass eine solche Mehrheit nicht nur über die Option des Ausstiegs verfügen würde, sondern auch die einer grundlegenden organisatorischen Transformation der EU selbst. Die EU könnte somit etwa von einem Repressionsorgan linksliberaler Ideologie zu einem Instrument der Umgestaltung des kontinentalen Lebens auf Basis konservativer Ideologie werden, was gänzlich neue Perspektiven eröffnen würde. Ist dies nun eine utopische Sicht oder Idee? Vielleicht gerade nicht. Betrachtet man nämlich das allgemeine Versagen der Europapolitik, der europäischen Souveränisten in den letzten Jahren, das selbst den Rassemblement National dazu gebracht hat, den Frexit definitiv aus der politischen Agenda zu streichen, wird deutlich, dass es im Gegenteil auch wahltechnisch erheblich schwieriger sein würde, eine wie auch immer geachtete nationale Mehrheit zu finden, den Ausstieg aus der EU zu befürworten, als vielmehr ihre konstruktive Umstrukturierung anzustreben. Genau aus diesem Grund bin ich der Ansicht, dass der Weg zu einem konservativen Europa nicht darin liegen kann, zunächst die europäischen Institutionen aufzulösen und erst dann auf nationaler Ebene mit einem Wiederaufbau zu beginnen, sondern vielmehr umgekehrt darin, zunächst eine kritische Masse für eine europäische Bewusstseinsveränderung aufzubauen, welche daraufhin eine Auflösung der Institutionen letztlich unsinnig macht und vielmehr Ausgangspunkt dafür werden kann, die EU vielmehr als hochinteressantes Werkzeug zur weiteren Vertiefung dieser konservativen Bewusstseinsveränderung zu nutzen. Dies mag zwar immer noch utopisch scheinen, ist es aber jedenfalls meines Erachtens in erheblich geringerem Maße als die souveränistische Lösung. Auch aus historischer Perspektive sollte daran erinnert werden, dass der Nationalstaat keineswegs das letzte Wort der europäischen Geschichte sein muss. Zwar ist kaum zu leugnen, dass die Wurzeln der verschiedenen europäischen Völker schon im frühen Mittelalter gelegt worden sind und trotz gewaltiger, idiomatischer und ethnischer Unterschiede die wichtigsten europäischen Nationen eine über tausendjährige Geschichte haben. Trotzdem muss bedacht werden, dass die Herausbildung zunehmend homogener Nationalstaaten eine erst relativ kürzlich geschehene mit dem Opfer verschiedenster regionaler und lokaler Identitäten wie Dialekte teuer erkaufte Entwicklung ist, die in vielen Fällen gerade einmal ein oder zwei Jahrhunderte alt ist. Zudem sollte gesehen werden, dass der Gedanke, Teil eines einheitlichen europäischen abendländischen Kultur- wie Staatenverbandes zu sein, nicht erst auf die europäischen Institutionen zurückgeht, sondern vielmehr der Ursprungsgedanke unserer Zivilisation ist. Bedenkt man die Bedeutung der karolingischen Erfahrung ebenso wie die fast ein Jahrtausend währende Prägung weiter Teile Europas durch den übernationalen Reichsgedanken des christlichen Sacrum Imperium. All dies ist auch aus historischer Sicht keineswegs überraschend. Auch andere Kulturen haben ganz ähnliche Entwicklungen durchgemacht. Bedenkt man etwa, wie die zahlreichen sprachlich, ethnisch und kulturell hochverschiedenen Ethnien und Staaten des sumerisch-akkadischen Orients, der griechisch-römischen Antike, des alten Chinas, des vedischen Indiens und selbst der byzantinisch-arabischen Levante sich zunehmend zu immer größeren staatlichen Einheiten zusammenschlossen und schließlich politisch und kulturell zu einer Symbiose mit einer neuen Leitkultur fanden, die alle wesentlichen Formen ihrer konstitutiven Elemente beibehielt und transzendierte, wenn auch freilich um den Preis einer gewissen Verflachung. Und natürlich der Zurückdrängung einstmals stolzer Kultursprachen auf den Rang von Regionalidiomen. Aber schon heute ist es eigentlich eine Lebenslüge, den Gedanken des Nationalstaats, wie er im 19. und teilweise 20. Jahrhundert vorherrschte, auch jetzt noch als faktisch lebendig vorauszusetzen. Zum einen ist es so, dass die nicht nur kulturelle, sondern auch sprachliche Amerikanisierung Europas, so sehr man sie bedauern mag, faktisch doch alle Grundlagen geschaffen hat, erneut. Eine allen gemeinsame Vehikularsprache benutzen zu können, welche viele der Voraussetzungen, die im Mittelalter durch das Vorherrschen des Lateinischen gegeben war, auch heute wieder aufleben lässt, ob wir es wollen oder nicht. Zum anderen gilt es zu bedenken, dass die immense wirtschaftliche Verflechtung der europäischen Staaten ein Denken in rein nationalen Kategorien zu einem kognitiven Atavismus gemacht hat, der nicht mehr mit den tatsächlichen realen Bedingungen übereinstimmt. Der fundamentale politische Kampf der Zukunft wird nicht ausgefochten durch einen Konflikt zwischen den Deutschen und den Franzosen oder den Franzosen und den Spaniern, welche in sich jeweils als mehr oder weniger homogen zu verstehen sind, beziehungsweise wenigstens die Hoffnung haben könnten, dass ein wirtschaftlicher Vorteil für ihr eigenes Land auch unmittelbare positive Konsequenzen für die Gesamtheit der Bevölkerung haben wird. Der echte Kampf der Zukunft ist derjenige zwischen den Somewheres und den Anywheres und durchzieht symmetrisch jedes einzelne europäische Land. Wobei beachtlich ist, in welchem Maße auch der Sieg der einen oder der anderen eben nicht den nationalen Mitbürgern, sondern vielmehr nur den gleichartig denkenden Bundesgenossen anderswo zugute kommt. Gewinnen deutsche Anywheres eine Wahl, leiden deutsche Somewheres auch ganz konkret. Während für französische Anywheres dank übernationaler Institutionen und wirtschaftlicher Verkettung handfeste Vorteile entstehen. Wir müssen uns daher so schwer, wie es auch scheinen mag, vom Glauben daran lösen, dass der Nationalstaat die Antwort auf alle unseren existenziellen und identitären Probleme bietet und dazu durchringen, dass nur eine gesamteuropäische konservative Front, verbunden mit einem konstruktiven Gegenentwurf zur real existierenden EU eine politisch aussichtsreiche und geschichtlich zukunftsträchtige Lösung darstellt. Dies gilt umso mehr, als unser Kontinent keineswegs in Ruhe und Frieden existiert, sondern auch von außen bedroht ist. Denkt man etwa an die gewaltige chinesische Konkurrenz oder das stetig steigende Migrationsproblem. Und während die Welt somit eine ganz andere und viel gefährlichere für Europa als im 19. Jahrhundert geworden ist, ist auch Europa ein ganz anderer Kontinent. Nicht mehr aufgeteilt unter einige wenige Großmächte wie Österreich-Ungarn, das Deutsche Reich, Italien, Frankreich, Großbritannien und Spanien, sondern aufgesplittert in mehr als 30 Staaten verschiedenster Größe, die neben ihrem demografischen Gewicht und ihrem Kolonialreich auch noch ihren technologischen Vorsprung vor dem Rest der Welt eingebüßt haben, sind sie unfähig, dem äußeren Druck noch lange einzeln zu widerstehen, sei er wirtschaftlich oder ideologisch. Selbst ehemalige Großmächte wie Deutschland oder Frankreich sind im Vergleich zu China nur noch Schatten ihrer früheren Existenz. Würden aber im Falle ihrer erneuten, völligen Autonomie eine solche politische wie wirtschaftliche Bedrohung für ihre eigenen, zahlreichen kleinen Nachbarn darstellen, dass deren freiwillige Wassalisierung durch raumfremde Großmächte wie China, Saudi-Arabien, die USA, Indien oder Russland unausweichlich wäre und Europa somit zu wenig mehr als dem Schachbrett der vielfältigen Interessen außereuropäischer Imperien werden. Was wir also brauchen, ist ein neues, konservatives und kulturpatriotisches Europa-Projekt, wie ich es einmal mit der Bezeichnung Hesperialismus bezeichnet habe und eben auch in mehreren Büchern wie der Novartio Europai und relativ frisch jetzt auch Europa Aetiana beschrieben habe. Und so befinden wir uns insgesamt ganz im Gegenteil zur Annahme der Souveränisten in der Situation, dass wir gerade dann, wenn wir den Nationalstaat verteidigen wollen, Europa stärken müssen. Aber nicht das EU-Europa, sondern einen hesperialistischen, abendländischen Bund, der nicht auf der Chimäre des Menschenrechts Universalismus als allein selig machender Ideologie errichtet ist, sondern vielmehr auf einem zivilisatorischen Patriotismus für all das, was uns Abendländer miteinander verbindet und von anderen Zivilisationen unterscheidet. Auch das bedeutet Freiheit, nämlich die Einsicht in jene übergeordneten von den Tatsachen vorgegebenen Notwendigkeiten. Spengler schrieb einmal, Zitat, Wir haben nicht die Freiheit, dies oder jenes zu erreichen, aber die, das Notwendige zu tun oder nichts. Und eine Aufgabe, welche die Notwendigkeit der Geschichte gestellt hat, wird gelöst, mit dem Einzelnen oder gegen ihn. Ende Zitat. Der Satz ist hart, aber, wie mir scheint, völlig zutreffend. Auf uns angewandt würde hieraus folgen, kaprizieren wir uns auf die Hoffnung, das Rad der Geschichte auf die guten alten 1980er oder gar in das 19. Jahrhundert zurückdrehen zu können, Indem wir den Abbau der europäischen Zusammenarbeit und die Stärkung nationaler Egoismen als vermeintliches Allheilmittel zur Rückkehr in die Vergangenheit betrachten, verwandeln wir Europa nur in ein Schlachtfeld der anderen Großmächte und schaden dem Nationalstaat und seinen Interessen eher, als dass wir ihnen helfen. Ähnliches gilt freilich auch für die naive Befürwortung der europäischen Integration, wie sie die EU predigt. Auch diese führt nicht zur Stärkung der Nation, sondern ihre Auflösung in einem multizivilisationellen Konglomerat, in dem die afrikanischen und islamischen Gruppen zunehmend die Oberhand gewinnen werden. Freiheit ist daher Einsicht in die folgende Notwendigkeit. Der Nationalstaat kann langfristig nur überleben durch eine Rückbesinnung auf das, was uns als Abendländer kulturell und identitär vereint. Und durch eine resolute Zusammenarbeit auf allen Feldern, welche der Nationalstaat alleine nicht mehr erfolgreich bewältigen kann. Wie etwa die Verteidigung der EU-Außengrenzen, eine gemeinsame Außenpolitik gegenüber den anderen Großmächten, eine gerechte Verteilung strategischer Rohstoffe, der Schutz gegen internationale Kriminalität, die Zusammenarbeit im Bereich der Zukunftsforschung oder der Aufbau eines pan-europäischen Verkehrsnetzwerks. Freiheit bedeutet aber auch die Einsicht, dass eine zukünftige europäische Zusammenarbeit nur Sinn macht auf Basis einer positiven Rückberufung auf den Begriff des christlichen Abendlands und den Wunsch, eine künftige europäische Föderation oder Konföderation nach dem Beispiel jener politischen Einheit zu gestalten, die lange synonym für das eigentliche politische Herz des Abendlands war, nämlich das Sacrum Imperium. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus